Hi Alexei hier, willkommen zum neuen Video und diesem Video geht es darum, speziell das Thema Sicherheit mit Microsoft Teams. Also wenn Sie Microsoft Teams im Unternehmen einsetzen, ist es erstmal die Nutzung, ist super einfach. Man muss eigentlich nur eine Lizenz zuweisen, benutzen und sagt, Microsoft Teams kann es nutzen, kann Datenort ablegen, Gäste einladen und jegliche Chatnachrichten durch die Gegend schicken, Daten durch die Gegend schicken, wie der Lust und Laune hat. Third-Party-Apps sich einbinden, Microsoft Teams und diverse Sachen tun und lassen, was er möchte eigentlich. Was aber erstmal gut ist, weil er hat viel Flexibilität, kann sehr frei arbeiten. Das Ding ist, die Sicherheit leidet darunter extrem, weil es wird komplett ausgeblendet und Microsoft Teams bietet eben viele Möglichkeiten der Sicherheit, die viele Unternehmen gar nicht wirklich verwenden und nutzen und mal nachschauen, was geht eigentlich, was kann man denn einstellen, damit Nutzer weiterhin die Flexibilität haben, aber ich als Unternehmen die Daten so abgelegt haben möchte, wie ich es ja auch wieder finde und auch irgendwie handhaben kann und das Ganze mir nicht aus dem Ruder läuft. Und da gibt es gewisse Prozesse, Strukturen, die man bei der Teams-Einführung oder bei Teams-Nutzung beachten sollte. Dafür gibt es verschiedene Phasen, die ich unseren Coachings erzähle. Erste Phase, zweite, dritte und vierte Phase der Teams-Einführung von der Nutzung von Chat, Meetings, Datenablage, interne Services, Digitalisierung, Automatisierung. Aber wir gehen erstmal in die erste Phase und die erste Phase ist eigentlich die grundlegende Bereicherung von Microsoft Teams und schauen, welche Sicherheitseinstellungen möchte ich erstmal haben und was möchte ich erstmal im Unternehmen starten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sicherheitseinstellungen im Teams durchzuführen, sowohl im Microsoft Teams selber, also in dem Tool, was wir haben, aber auch natürlich sehr stark im Background, wo ich dann auch anfange zu formulieren, bevor ich den Usern Microsoft Teams zur Verfügung stelle. Das geht auch relativ schnell, wenn man natürlich weiß, wo man schauen muss, ist klar. Wir gehen einmal in die administrative Oberfläche, das Microsoft Teams Admin Center und da gibt es natürlich diverse Einstellungen, die ich tun und tun kann. Ich zeige euch nur ein paar, auf die ich achten würde, aber da gibt es natürlich viele, die man durchgehen muss, sowohl hier als auch in Azure HD, als auch in Wanderer für Business, als auch in SharePoint Online und Co. Die muss man alle betrachten, wer Microsoft Teams ganzheitlich nutzen möchte. Ja, ganz wichtig, vernachlässigend sind die meisten, die schauen nur hier, was schon sehr gut ist, schauen aber in SharePoint Online nicht, weil es sind ganz andere Richtlinien, die ganz andere, ja sagen wir, Sachen erlauben, wie Freigabe von Daten und so weiter. Gut, zum Beispiel gehen wir hin und sagen, ja, ich möchte zwar Microsoft Teams erlauben, aber in Microsoft Teams kann sich standardmäßig jeder unendlich verschiedene Third-Party Apps einbinden in Microsoft Teams. Gut, sagen wir mal, ja, es sind ja gar nicht so viele. Wir schauen mal nach, wie viele Third-Party Apps es gibt. Third-Party Apps heißt, nicht von Microsoft entwickelte Server-Applikationen, die in Microsoft Teams nutzbar sind, sprich von anderen Herstellern, die deren Software quasi ermöglichen, in Microsoft Teams nutzbar zu machen, sodass der User nicht einen Client von einem anderen Hersteller auch installieren muss, so halt seine App hier Microsoft Teams einbinden kann. So, wenn ich morgen drauf schaue, sind es vielleicht 1230 schon, es entwickelt sich sehr schnell und ich habe hier unendlich viele Apps, die irgendwie Microsoft Teams einbindbar sind. Manche davon sind kostenpflichtig, manche nicht, je nachdem, was ich da nutze. Viele sind super, weil sie dafür, die nutzen sie so im Unternehmen und dann sagt man, okay, cool, dann kann ich die ja auch in Microsoft Teams einbinden und muss die App nicht, muss die App nicht extra nachinstallieren, zusätzlich zu Microsoft Teams. Gut, aber hier grundlegend erstmal, wenn ich starte und sage, ich möchte eigentlich gar keine Third-Party Apps zur Verfügung stellen oder ich möchte gar nicht bestimmte Microsoft Apps zur Verfügung stellen oder ich möchte generell nur ein, zwei Apps zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Planner und vielleicht eine Aufgabenplanung mehr nicht, dann kann ich das Ganze sehr schön mit Benachrichtigungsrichtlinien tun, nicht Benachrichtigungsrichtlinien. Benachrichtigungsrichtlinien natürlich auch. Und da habe ich verschiedene Richtlinien, diese global, das sieht man überall. Und wir schauen uns einmal kurz mal rein. Man entscheidet sich hier zwischen drei verschiedenen Unter-Kategorien. Microsoft Apps, das heißt, wer darf Microsoft Apps sehen und ich kann natürlich bestimmte Apps sehen und die anderen blockieren. Dritte Anbieter Apps wären, wer darf Dritte Abbieder Apps sehen und wenn ja, welche zum Beispiel auch, oder komplett blockieren. Und Third-Party Apps, benutzerdefinierte Apps, wie zum Beispiel Microsoft Viva Connections wäre eine benutzerdefinierte App, die ich selber in meinem Unternehmen entwickle, um in Microsoft Teams notbar zu machen. Ich kann natürlich als Unternehmen selber eine App erstellen, mit die ich, die vielleicht ein Unternehmens-Service bereitstellt. Und den kann ich hier natürlich in Teams einbinden, sodass dieser Service zugeschrieben steht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, digitale Kundenaufnahme. Und wenn jemand zum Kunden geht und dann sein Tablet dabei hat und dann ein bisschen Formulare, digitale Formulare machen möchte, können da sehr spezielle Apps entwickelt werden. Digitale Formulare kann man auch super einfach anders gestalten, das machen wir auch in Coachings. Aber wenn es dann ungefähr geht, wo man sagt, ich mache wirklich eine eigene entwickelte App, weil die spezielle Sache nur einen Background aufruft, vielleicht auch in SAP Zugriffe, Hartwasser, Hunger, dann kann man diese ebenfalls in Teams natürlich einbinden. Gut, Apps Thema, drüber schauen, entscheidende Unternehmen, konfigurieren richtig, eigene Richtlinien konfigurieren, sodass in Teams das richtig ist. Und da ist der Unterschied, manche Abteilungen brauchen die Apps, die meisten nicht. Da muss man die Aufteilung machen, wenn es bestimmte Abteilung braucht, dass man nur bestimmte Abteilungen erlaubt, die App zu sehen. Alle anderen haben erstmal nicht die Möglichkeit. So, dann Thema zum Beispiel auch Besprechungen. Wenn wir Besprechungen gehen, gibt es zum Beispiel das Thema Live-Ereignisse. Live-Ereignisse, so Live-Events genannt. Das heißt, ich möchte kein Meeting starten im Microsoft Team, sondern ich möchte vielleicht mit 20, 10 oder 5, 10.000 Menschen, also 1.000 Menschen im Unternehmen ein Live-Event starten, in dem ich was zeige, was präsentiere als Vorstand, als Geschäftsführung beziehungsweise Bereichsleitung oder einfach Marketing-Event, weil das Unternehmen international arbeitet und alle Menschen, die weltweit unterwegs sind und man möchte zum Beispiel eine Schulung machen, Live-Events technisch oder man möchte präsentieren etwas. Dafür sind Live-Events. Was heißt, also größte Ordnung als 500 Mann, würde man so ein Live-Event machen und hier würde man sagen, ja, sind die Live-Events erlaubt und dann auch das Thema, zum Beispiel standardmäßig steht hier manchmal, immer aufzeichnen. Das heißt, wenn ein Live-Event startet, wird automatisch ein Aufzeichnung gemacht. Das ist immer so fragwürdige Sache, ob man das tun und sollte erstens, das müssen erstmal überhaupt alles zustimmen, ob das möglich ist, dass man aufzeichnen darf, weil vielleicht nicht das stimmen, vielleicht Chat-Nachrichten zu hören, zu hören, zu sehen, die ja auch sehr intern sind und vielleicht auch personenbezogene Daten enthalten und da muss man natürlich darauf achten. Das heißt, da muss man drauf schauen. Oder das Thema Benachrichtigung, Nachrichtenrichtlinien. Auch sehr stark. Möchte ich zum Beispiel URL-Vorschauern haben. Das heißt, in Teams schickt jemand Ihnen eine Nachricht, Sie kriegen diese Nachricht, das ist eine URL und eine URL von einer Website, die wird automatisch in Teams geladen und angezeigt, die Vorschauern. Möchte ich vielleicht gar nicht haben, dass automatisch URLs in Teams geladen werden, sondern nur, wenn ich selber sehe, ach okay, ich vertraue der URL, ich möchte diese auch laden, die ich da bekommen habe und erst durch klicken, anklicken, kriege ich diese URL geladen und dann auch gezeichnet Microsoft Teams. Das sind alles Sicherheitsrichtlinien, die man sehr gut erstmal beachten sollte. In der ersten Phase geht es darum, Teams so bereit zu stellen, dass es erstmal sicher ist, auf einer guten Plattform ist und dann noch zusätzlich Sachen aufmachen soll, wenn man dann mehr, mehr Services und Teams nutzen möchte und dort halt konfiguriert Datenaustausch, externe Datenaustausch wieder ist. Wie möchte ich mit Dritten arbeiten? Wie sollen Kanäle in Teams aussehen? Wie sollen Teamräume aussehen? Wer darf was in Teamraum tun? Das sind nur die weiteren Richtlinien Sachen beachten sollte. Und das ist das, was meistens oft vernachlässigt wird. Was super schnell aktiviert ist, das ist ja typisch Microsoft, was ich sehr gut finde, ist, bietet den User uns als Unternehmen eine Möglichkeit, schnell etwas zu nutzen. Ist aber auch viel erstmal offen, was man tun darf und viele Sachen möchte man gar nicht damit starten, weil es einfach allen überfordert an Service dieser zur Verfügung steht und man möchte Stück Stück für Stück das erstmal ausrollen. Und das sollte man konfigurieren, weil diese Möglichkeiten haben ja die Good-Aufuguration, sonst würde es ja nicht da sein. So, dann typisch Thema Richtlinie Pakete. Ich sage immer so Lunch-Pakete sind das, ja. Bedeutet einfach nur, ich habe zum Beispiel Mitarbeiter in der Industrie und das sind jetzt Worker, die bestimmte Sachen tun, die müssen Microsoft Teams aufrufen, um den Service zu nutzen. Aber die dürfen nichts anderes tun oder sollen nichts anderes tun, weil diese Tablets liegen überall rum. Kein Kind, könnte jeder schlimmsten, jeder dran gehen und da etwas tun. Und die kriegen so Lunch-Paket, wo steht Microsoft Teams aufrufen, erlaubt, eine App aufrufen erlaubt, setzit. Also das war's. Da gibt es zum Beispiel Lunch-Paket für Mitarbeiter im Unternehmen, Standard-Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, normal Mitarbeiter, der grundlegend diverse Dinge im Unternehmen tun kann, Internet aufrufen mit anderen Chatten, Daten irgendwo ablegen, zentral, in seiner Abteilung arbeiten, Microsoft Teams. Und da gibt es vielleicht ein Lunch-Paket Geschäftsführung und Geschäftsleitung, die noch verstärkte Richtlinien haben, weil deren Daten vielleicht anders behandelt werden müssen. Also das ist auch was, was man betrachten und benutzen, also analysieren sollte, bevor man SPT Teams stark im Unternehmen einsetzt. Wenn man ehrlich ist, die meisten Unternehmen haben Teams einfach aktiviert und so irgendwie einfach am Laufen, Meetings und merken im Nachhinein, oh, da sind ja Daten drin, das ist sehr, sehr oft in unserem Coaching, da sind schon Daten drin, da laufen Leute mit der Arbeit schon aktiv. Und das zusammenzukriegen, wie das geht, aber das erfordert sehr viel Know-how, sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit und sehr viel komplizierte Gespräche auch, warum das jetzt anders gemacht werden müsste, um eben die Sicherheit wieder hinzubekommen, die man sich eigentlich will oder die man eigentlich hatte immer im Gedanken. Und das kann man besser machen, wenn man früh genug anfängt, diese Richtlinien einzuführen. Ja, ein kleines Beispiel dafür, wie das in Microsoft Teams Admin Center geht, wo man was einstellen kann. Wie gesagt, wenn Sie Microsoft Teams nutzen, dann lege ich ans Herz, schauen Sie in SharePoint Online, Azure AD, Exchange Online, OneRef Business, das sind alles Admin Center, die man ganz gut betrachten muss. Und Azure AD ist eines der wichtigsten Punkte, auch ebenfalls, um eben Zugriffe zu steuern und so weiter. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt das Thema natürlich Security Compliance, was natürlich das Ganze nochmal, ja, vergrößert. Aber dafür vielleicht mal ein eigenes Video, wenn da ein Wünsche ist. Gerne auch deswegen in den Kommentaren reinschreiben, wenn da ein Wunsch ist, ein bisschen mehr über das Thema Sicherheit in Microsoft 365 zu erfahren. Ja, kleines Video. Ich hoffe, es war ein bisschen auch interessant zu sehen, wie das im Admin Center alles aussieht, was man konfigurieren kann. Wie gesagt, ist sehr umfangreich. Dafür haben wir unsere Coachings, wo wir ganz genau auf die Details eingehen. Ansonsten, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, beim selber nachschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich riesig um einen Daumen hoch. Ich freue mich auch riesig für den Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ansonsten gerne in den Kommentaren reinschreiben, was Sie zu diesem Thema denken, ob Sie es schon nutzen und welche Fragestellungen Sie vielleicht haben. Und ansonsten, unter der Beschreibung finden Sie diverse interessante Links zu dem Thema und natürlich unsere Kontaktdaten. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Video. Das war Alexei. Ciao.